Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Das stimmt ja nicht. Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Cota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nachhada. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nachhada. Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin. Damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatoren. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookie-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Cota? Ich hab den Tisch bezahlt. Also, wer du auch bist, hau ab. Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt. Von Nachhada bis die Ost. Wer bist du? Mein Kopfgeld, Jäder? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht? Seit... Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Judo, ihr müsst uns vor die Vapor-Room abholen. Und zwar sofort. Schau. Judo, 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 Judo. Judo, 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 Judo. Judo, Judo, Judo. Judo, 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 Judo. Judo, 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 Judo Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020